Mit Conclusion hat unser Partner Vario wirklich ein Produkt auf den Markt gebracht, das an vielen Stellen und auch uns in der Vergangenheit häufiger einmal fehlte, nämlich die konsequente Verbindung zwischen Wandelementen und beispielsweise Tischelementen. Was bedeutet das? Nun, wir hatten häufiger, und das kennen Sie vielleicht aus Ihrem Büro auch, die Anforderung, einen Tisch zum Beispiel mit einer Wand zu umhausen. Da haben wir natürlich dann einen entsprechend schönen Tisch genommen und haben von einem anderen Hersteller oder aus einem anderen Produkt entsprechend eine Wand umschlossen. Hier ist die Vorgehensweise ein kleines bisschen anders. Conclusion ist ein Wandsystem, das zusätzlich mit beispielsweise Tischplatten ausgestattet werden kann. Stellen Sie sich aus der Vogelperspektive eine lange und zwei kurze Wände vor, also ein U. Hier ist es so, dass wir in dieses U eine Tischplatte einsetzen, das heißt die linke und die rechte Außenwand bilden hierbei den Fuß dieses Tisches. Und das Ganze ist sogar auch noch elektromotorisch verfügbar. Die Zwischen- und Seitenwände können in verschiedenen Höhen und in verschiedenen Materialien ausgestattet werden. So kann beispielsweise der untere Teil passend zur Tischplatte in Melamin gefertigt werden, während der obere Teil dieses U zum Beispiel in akustisch wirksamem Stoff ausgeführt werden kann. Conclusion bietet eine riesige Flexibilität, ein richtiger Baukasten, in dem wir verschiedene Situationen in verschiedenster Art und Weise darstellen können. Theken, Umhausungen für Kopierer, alles überall dort, wo eine Wand um etwas herum gebaut werden soll. Überall dort ist Conclusion einsatzfähig. Ich würde Ihnen das gerne mal hier zeigen.